Wo ist denn Loki jetzt hin? Der hat doch nen Disconnect. Oh Leute, wir müssen warten. Ich bin noch so lange, ich seh was, was du nicht siehst. Schön, offensichtlich. Ich seh was, was du nicht siehst und das ist grün. Ich seh was, was ihr nicht seht. Das ist mein Rucksack, das ist mein Rucksack. Hat ein Loch. Nein. Weil ich seh, wo du hinguckst. Oh nein. Der Baum. Alter. Wettwolf hat's erkannt. Was denn? Ich. Weil was? Ach ne. Ich hab den überstanden. Wir müssten Käse machen können und dann rollen wir die Käse hier den Berg runter. Was? Der Ziege ist da so ne Holzschuhe an. Die züchten paar Tulpen oder so. Orange T-Shirt. Rollen da. Ja, wieso nicht dran? Ey, die Ziege ist immer noch auf dem Airfield. Lass uns bis zur Ziege rollen. Die sollten uns einfach als Ziege tarnen und dann können wir voll in Ruhe loot. Meee. Ey, warte mal. Wie machen Ziegen? Oh, das war bei uns, wo ich Männertag gefeiert hab. Da waren wir komplett betrunken natürlich. Da haben wir uns echt gefragt. Das war so Running Gag des Tars wie ne Ziege macht. Da waren die wildesten Geräusche. Wir haben wildfremde Leute gefragt, wie wir das Ziege machen können. Ich muss einfach darauf bekommen, dass es... Da ist er. Hallo, ich hab's Schwier vergessen. Also mehr machen die. Machen denn Ziege nochmal? Mäh. Nein, das sind Schafe. Ne, das sind Ziege. Das sind Schafe. Ja, aber das ist Ziege. Ziege machen doch auch Mäh. Oder ist ein Schaf, Mann. Mäh. So, Lockfield. In Reihe liegen. Und dann rollen wir um, der Mann. Du bist ja nicht schön. Ja, das ist ein Folier, der Mann, der Lockfield. Das ist Folier. Ja, das ist okay. Ja, Lockfield ist nicht so nicht richtig. Weiß. Ja, nochmal zurück. Noch mal zurück. Ah, guck mal zurück. Ah, guck mal zurück. Wie alle wollen. Stopp. Wo rollst du denn? Neu, voll, 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 voll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir sind so nass. Die rote Klammer sind auch. Ne, ich hab keine. Warte, ich führ. Ich führ. Ah, schneller. Nein, ich führ mich. Ja, ich bin der erste. Nein, nein. Ich zieh euch allen den Fingern. Vorsicht, ich hab ne Granate nass. Nass. Vorsicht. Aufzuscheidern. Wo? Ich hab gehört, ihr werdet alle auf. Ja, Mann. Wie er nicht in der Ehr kommt. Wie er nicht weiß, wie man rollt. Hahaha, Nup. Oh, du bist so schlecht. Da muss er aufstehen und cheaten. Da cheatet er. Hä? Ich schieße da. Ich schieße. Gott sei klar. Ja, komm. Ja, wir wollen. Ah, Nup. Nein. Oh mein Gott. Oh ja. Schon wieder vergangenes. Kann man in der Rolle schießen? Oh. 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 Da kann ich nicht mehr bekommen. Der hättest jetzt aber auch von mir im Bett hätte ich mich voll genau hinter dir. Ja. Ja. Ein Cyberschuss in den Arsch. Die hat er. Den Muttern ist erster. Wenn's wieder heiß, komm. Rau mit dir. Rau mit die Schweine. Die hat er. Ja. Du leckst nur rum, man. Ja, schön bleibt dir bei uns im Berg. Man kann sagen, ich hab offiziell gewonnen. Gewonnen. Ja, und ich seh am besten aus. Zombie, go buy it out. Zombie, I'm off. Sollen wir mal abknallt? Schade, lasst du. Schade? Ich kann leben. Irgendjemand. Muss ich mir auch mal disconnecten. Das geht jetzt geht auch nicht mehr. Ja, erstmal knall den mal ab. Ich disconnecte mich, ein Zombie war ja was. Oh mein Gott. Schiebe ab. Bad Wolf, komm. Ja, ich hab den mal leise. Werft den Kanal? Wir haben alle nur Akras. Ja, ja. Ja, dann lass. Dann lass den mitnehmen als Haustier. Genau. Kommst du aber wieder rein? Also, da ist anscheinend immer noch jemand in dem Zeltlager. Ja, und abknallt, gerne. Isegrim, ich weiß, du hörst den Satz oft, aber wirst du schon drin. Dann müssen wir ja auch viel tragen. Und, bist du? Wirklich mourn! Wirklich mourn! Wow, Fireworks, Fireworks Fireworks, 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 Fireworks too old and the controls are different Und beinbrechen! Wichtig so. Bandagiert mich mal wtedy Scheiße. Bandage. Warum bist du einfach umgekippt? Ja, weil mich das vorgebrochen hat. Oh my god. Apokalypse. Rouse to Mothin? Mothin? Warte, ich gebe dir erstmal Mothin. Bist du bewusstes oder was? Ja. Es ist jetzt gleich vorbei, gib mir nochmal Blut, bitte. Wie viele Leute von denen sind jetzt online mittlerweile? Vier Stück. Vier Stück. Die sind gerade am mobilisieren, glaube ich. Okay. Dafür suche ich es auch mal. Es wird es auch alles geben. Wie soll ich da reinkommen? Du musst sofort, ganz rechts die Tür, und dann musst du die aufmachen und dann würde ich sofort nach hinten rennen. Sofort. Rechter, wenn da einer reingeht, was macht ihr denn? Die müssen doch nicht alle da jetzt rein. NH soll das jetzt mal machen. Go, go, go. Du musst schon aufmachen. Ja, hab ich doch. Ach, ist schon offen bei denen. Also ich gehe zurück zum Wald, hier rumstehen bringt sowieso nichts. Ja, da ist ein Spieler. Da ist ein Spieler, ja. Der rennt auf dem freien Feld rum. Ja, sehe ich nicht. Richtung Camp rennt der. Der Spieler. Ja, warte mal. Ja, dann kann den Isegrimme jetzt abfahren. Weil ich sehe ihn nicht. Ja, der rennt jetzt zu den Bäumen. Ach, da, ja. Stell ich mal wieder nicht dran, wenn ich das sehe. Da ist er. Geil doch. Alter hatte der geile Rostrüstung. Fette Sache. Äh, da kommt einer in deine Richtung, Bartow. Oh, und jetzt wird er angeschossen? Okay. Ihr Schuss kam von links. Also seid ihr an dem Wald links vom... Er ist tot. Ja. In Vilnius, wo es geht. Ah, der hat Zombies geprüft. Ja. Drei Stück hinter dem her. Ja, ich sehe noch. Ja, und schieß ihn ab. Der blutet schon. Die Zombies killen ihn doch schon. Aber Isegrimme doch unbedingt killen ihn. Ah, der lädt gerade nach? Oder hat keine Munizum, ne? Ah doch, der hat nur noch einen Zombie. Ist ja gerade hinterm Baum direkt, Loy. Ne, der ist hinterm Busch, ja. Ah. Busch. Bin gleich da. Ah, wir beobachten noch ein bisschen. Der wird noch nicht aufgehen. Der bandagiert sich jetzt. Ja, Loy, ich sehe nichts. Komm hin, wo ich bin. Siehst du mich? Ich weiß ja, wo er ist. Wieso atme meine Truss eigentlich so stark? Nur weil ich ein bisschen hier rumrolle. Hast du das? Er hat einen Hit. Er blutet. Er läuft weg. Oh, lol, daneben. Er hat sich hingelegt. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er denn? Ich glaube, er stirbt gerade. Ah, der läuft jetzt. Kriecht nach rechts. Du siehst ihn noch, ne? Lol. Er kriecht im Kreis. Aber du triffst sie nicht. Da drüben. Wo ist er denn? Er hat sich tiefer ansetzt. Wir hören. Bei mir ist der mitten. Also bei mir gehen die Schüsse über den. Über. Bei mir. Bin mal kurz auf Klo. Ich sehe, wie sie hinter dem Einsprach. Ich glaube, er ist jetzt disconnectet. Ja, ich sehe noch nicht mehr. Von der eine Schüsse ging die Laune in ein Militär zum Müller. Da hat er auch nochmal geblutet. Also der Zombie. Ja. Warum disconnectet der sich, äh... Geschossen wird? Ja, okay, du hast... Okay, klar. Also er hat eigentlich lange durchgehalten. Und jetzt wurde es wahrscheinlich... einem zu blutig. Man hat ja relativ lange durchgehalten. Ja, war der so gut wie tot. Andere Leute, die es connecten, sobald die nur in den Schuss fahren, wenn die schon weg gewesen wären. Der hat ja wenigstens noch versucht, irgendwie zu rennen oder... irgendwas zu machen. Du bist ein mieser Sniper, Lockfield, äh. Ja, ich hab doch getroffen. Aber ich wusste nur, ich hab die Entfernung nicht. Ich hab grob 400. Und das sind aber, wiss ich, 420 oder so. Ah, ja, ein bisschen weiter liegen bitte. Ein bisschen weiter liegen. Von mir aus gesehen, hoffe ich. Von dir aus gesehen. Ah, da bist du. Ah, da bist du. Darf schießen. Erschieß du ihn, ich rolle ihn. Ich wollte da jetzt auch kreislaufen. Ich krieg schon hin, dass er auf dich geht. Keine Angst. Oh, Tommy, Tommy, der sieht mich nicht mal, weil ich rolle. Das sieht so geil aus. Der ist weg. In der Zeit hätten wir auch dreimal das Lager machen können. Könnte echt auch fälliger gehen. Vollum, der krabbelt wie ein Zombie im Rage-Modus auf die zu THC. Der krabbelt glaube ich schon 10 Minuten. Das ist so geil. Oh ne, jetzt hat er abgelöst. Ah, der Zombie, ey. Der Zombie, ey. Das wird keinen Bock jetzt. Guck mal, das wird noch kein Zombie. Oh, der Zombie, ich verstehe! Das ist gerade zu gut. Ich würde sogar den Zombie zu blöd schaffen. Du weißt, ey. Du wein, ey. Rats Blutschlampe Schlampe Blut halt, Alter hat sie ihre Tage Ich würde sagen, wir verpissen uns Der Spieler, der Zombies ragered. Das sind Feind ja? ich habe ihn, ich habe ihn naja aber jetzt haben die unsere Position ja und zieh mich nun den großen Berg, go go go, schnell zum Berg Ah, jetzt hab ich sie, ja, händlich jetzt ist sie weg Hadou, den hatten wir noch nicht das war meine Frös, wieviel Schüsse ich schon eingesteckt hab, glaube ich